Herzlich Willkommen im Hotelrestaurant Ochsen in Ostdorf. Hier finden Sie einen Ort der Begegnung und der Geselligkeit. Die sprichwörtliche Gastfreundschaft wird von der Familie Badatschur groß geschrieben und von den Gästen sehr geschätzt. Unsere 36, übrigens auch Online-Buchbarenzimmer, sind mit Dusche, Bad, Toilette, TV, Telefon, Minibar und Wireless ausgestattet. Taverne, Stöbli, Bar und Restaurant laden ein zum Verweilen und Genießen. Die Küche ist frisch und saisonal geprägt. Sie ist bei der einheimischen und internationalen Kundschaft sehr beliebt. Untertitelung des ZDF, 2020